Warum lachen Sie? Ich führe euch die Kanzlerin zu. Ach so, weil er ja... Er führt zu, ja. Und es ist zum Zweiten gelungen, doch zu sagen, dass wir darin übereinstimmen, dass wir Reduktionsziele brauchen und verpflichtende Reduktionsziele. Und es ist gemeinsam gesagt worden, dass das, was Japan, Kanada und vor allen Dingen die EU festgelegt hat, hier ernsthaft in Betracht gezogen wird, nämlich, dass die Emissionen bis 2050 mindestens halbiert werden müssen. Und was für mich natürlich von allergrößter Bedeutung ist, ist gesagt worden, dass alles im Rahmen des UN-Prozesses und nicht irgendwann im Rahmen des UN-Prozesses, sondern mit einem klaren Beginn zu der Konferenz in Bali am Ende dieses Jahres, das heißt, die Umweltminister haben jetzt den Weg frei, um mit Verhandlungen beginnen zu können und mit einem klaren Ende, nämlich 2009, sodass wir dann wirklich ein Post-Kyoto-Abkommen haben werden. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Schritt nach vorne. Wie sicher sind Sie denn, dass die Amerikaner, dass George Bush und die Nachfolger... Jetzt ist der Weg dafür frei, dass jeder sagt, wir brauchen wieder solche bindenden Verpflichtungen. Und für einige ist es besonders wichtig zu sagen, die nächsten Verpflichtungen können natürlich nicht nur von den Industriestaaten gemacht werden. Europa hat zum Beispiel nur 15 Prozent Anteil, sondern sie müssen von allen, die auch wirklich einen großen Beitrag zu dem Problem leisten, in unterschiedlicher Verantwortung, das steht auch da, in unterschiedlicher Verantwortung, aber in der gemeinsamen Verantwortung für die Welt dann auch wahrgenommen werden. Und ich glaube, diesem Abkommen, dieser politischen Erklärung hier entkommt niemand. Das ist ein Riesenschritt nach vorne. Eine Sekunde mal, ich muss mich erst mal einfinden und jetzt wollte ich nur wissen...